Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Mathebock, wenn Mathe Bock macht. Heute zeige ich dir, was Bernoulli-Ketten sind. Eine Bernoulli-Kette benutzt man immer dann, um ein mehrstufiges Zufallsexperiment einer bestimmten Länge zu beschreiben, was aus lauter Bernoulli-Versuchen besteht. So ein Bernoulli-Experiment ist ja dadurch definiert, dass es eben einen Treffer und einen Misserfolg mit jeweils einer festen Wahrscheinlichkeit gibt. Haben wir für den Treffer die Trefferwahrscheinlichkeit p, dann folgt daraus, dass sich für den Misserfolg die Gegenwahrscheinlichkeit 1-p ergibt. Durch diese Eigenschaft des Bernoulli-Experimentes liegt das Modell Ziehen mit Zurücklegen vor. Bisher haben wir das immer folgendermaßen ausgerechnet. Angenommen, wir sollten berechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich einen Treffer habe, wenn ich insgesamt das Experiment dreimal ausführe. Wir haben uns dann immer das Baumdiagramm angeguckt und haben einfach geschaut, was sind die Pfade, wo genau ein Treffer dabei ist. Also erst Treffer, dann zweimal daneben, einmal daneben, einmal Treffer und wieder daneben oder zweimal daneben und dafür dann beim letzten Mal ein Treffer. Das Tolle am Modell Ziehen mit Zurücklegen ist ja, dass die Wahrscheinlichkeiten sich von Mal zu Mal nicht verändern, sondern gleich bleiben. Die Pfadwahrscheinlichkeiten sind ja die Produkte der jeweiligen Wahrscheinlichkeiten, die an den Ästen dran stehen. Also haben wir p mal q mal q oder q mal p mal q oder q mal q mal q mal p. Wir wissen natürlich mit dem Kommutativgesetz, dass wir die Faktoren auch ordnen können. Dadurch ergibt sich hierbei eben p mal q hoch 2. Und da wir insgesamt nicht nur einen Ast haben, haben wir das Ganze auch dreifach. Die Formel zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit bei Bernoulli-Ketten, die hilft uns, das auch zu machen, wenn wir möglicherweise höhere Zahlen hier haben oder aber auch die Zahlen noch gar nicht bekannt sind. Das Ereignis könnte zum Beispiel lauten, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, k Treffer bei n Versuchen zu haben. Wir wissen auf jeden Fall, die Trefferwahrscheinlichkeit, die beträgt ja p. Und wenn wir eben k Treffer haben, dann haben wir auch p eben k-fach. Also müssen wir hier k in den Exponenten schreiben. q haben wir dann eben dementsprechend n minus k mal. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie häufig kommt dieser Ast im zugehörigen Baumdiagramm vor. Dabei hilft uns der Binomialkoeffizient. Der gibt nämlich an, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, k Treffer bei n Versuchen zu haben. Und da ist ja auch die Reihenfolge nicht wichtig. Also schreiben wir hin n über k. Dies ist jetzt eben die Formel zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit einer Bernoulli-Kette. Wenn wir jetzt wissen, wie viele Treffer wir suchen, bei wie vielen Versuchen, dann können wir das natürlich genauso aufschreiben. Angenommen, wir suchen die Wahrscheinlichkeit für vier Treffer bei neun Versuchen. Dann ergibt sich eben die Wahrscheinlichkeit 9 über 4 mal p hoch 4 mal q hoch 9 minus 4, also 5. Wissen wir dann noch die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten, also die Treffer-Wahrscheinlichkeit, daraus ergibt sich ja q, können wir auch die genaue Wahrscheinlichkeit berechnen. Ich hoffe, das Video hat dir etwas weiter geholfen, vielleicht auch ein kleines bisschen gefallen und du hast etwas dazugelernt. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder. Das Video ist es, dann weiß ich, das Video hat mir ebené. Das Video ist das Video-Hall. Also, wir haben uns bald wieder gelesen. Und dann nehmen wir uns bald wieder in der Hand. die Male zum Beispiel auf 10-1-3-8-0-3-4-4-4-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-4-4-5-4-4-4-5-4-4-4-5. Vielen Dank.